eine herzliches willkommen ihr werfe hier in war 3 ja wir sind jetzt ihren tempel angekommen und sollen praktisch hier die drei hauptmänner töten und zwar ohne dass uns ein anderer sieht ja warum ich bisher ja nichts geredet wir waren beim letzten mal woanders das liegt daran dass er bei der ersten aufnahme nicht den ton von mir aufgenommen hat sondern er hat praktisch nur den ton form vom sache vom video aufgenommen also nicht das was ich wollte das heißt wir töten jetzt den zweiten hauptmann beim ersten ist mir das beim ersten aufnahme ist mir das so ist dreimal nicht gelungen das heißt wir haben glück und ja wir haben jetzt praktisch den ersten hauptmann getötet der hat aber leider nichts bei sich gehabt sprich der ist ja uninteressant für uns das heißt eben brauchen wir nicht und beim intern habe ich gesehen dass einer auch hier oben rumlaufen müsste ja da ist ja schon das heißt wir werden ein bisschen warten bis er wieder ins das haus reingeht ja das heißt wir warten der geht jetzt eher darunter schade dass sie keine leichen verstecken können auch nichts auch nichts hoffentlich hat der letzte was dabei das heißt wir gehen jetzt mal da rein und schauen ob hier irgendwie der letzte wachmann ist alles da ja ja holen und magazin nicht die liste aber was ist das notiz so so die heute uns hat uns nicht geschickt wir sind freiwillig hierher gekommen so brandkanade so das war der erste typ mit dem schutz ding aufhängen durch mich jetzt leider noch nicht ich habe schon mal gesagt dass heute uns nicht geschickt hat und wir machen das alles auf freiwilliger basis na komm zeig dich so 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 ich sag's nicht gern nochmal ich habe heute hat mich nicht geschickt nur mal kurz das klar zu stellen die sind leider schon tot von daher deswegen ja ich keinen mehr der hauptwänner das muss ich bloß finden hier war da gleich unten auch irgendwo eine munitionskiste ja wir haben jetzt hier wieder volle munition aber das bringt mir nichts noch mal hochlaufen will ich auch irgendwie nicht gut ich trinke mal kurz um was mein trinken schmeckt gut so das heißt wir müssen jetzt da hoch hin nehmen wir schon mal eine brandgranate also ein molotow ah ja was ich ganz vergessen habe an der ab der nächsten session ungefähr gibt es vielleicht sogar webcam aufnahmen von mir also wo ich mich dann öffentlich zeigen werde ja ich war im tempel ich habe alle drei erwischt aber nichts die Liste war nicht da das ist sehr schade ja aber ich fand eine Notiz sie treffen sich in ein paar Tagen scheint wichtig zu sein dann findest du die Liste bei dem Treffen das holt mich wieder auf in der Zwischenzeit muss ich etwas für heute erledigen willst du vielleicht mitkommen klar wunderbar triff mich an den Drogenfeldern ich habe da was zu klären das machen wir doch direkt trefftig mit Sam an der Lantage so da hinten steht doch ein schönes Auto oder können wir da hinten eine Schnellreise machen ach ja Schnellreise geht schon so vielleicht können wir da auch unsere Waffen irgendwie verbessern beziehungsweise Munition auffüllen vielleicht geht das aber ich weiß es nicht so wie es aussieht eher nicht so dann treffen wir mal den Sam an der Drogenflantage und helfen ihm direkt mal ich weiß zwar nicht mal was aber es ist wahrscheinlich wieder was mit töten oder so wie habe ich was bei ihnen und ja gehen wir einfach mal hin machen wir kurz mal eine kleine Pause wir sehen uns gleich wieder so ja da sind wir auch schon wieder und los geht's die Piraten greifen heute Drogenfelder an sie haben Bomben gelegt wir entschärfen sie ok bist du bereit Blitzkrieg jetzt ernsthaft willst du mich verarschen oder was Sam zu den Bomben Sam zu den Bomben es gab einen Kampf ja heute wird deine Hunde zu den Leichen schicken super ich entschärfe die Bombe deck mich neben dem es wird lang verheilen hier Oh da sie spielen die Wir sind am Marsch, Junge, entschärf! Wo ist denn der Typ? Da hinten? So, Escape drücken, das machen wir doch gleich mal direkt. Unbegrenzt schneller laufen, das brauchen wir dringend. So. Ja, dann wird es Zeit, dass du mal ein bisschen schneller laufst. Ich weiß nicht, wo die Bomben sind. Ich gebe dir Deckung. Ja. 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 Da hat er bald keine Munition mehr. Wo ist denn der Typ? Hier. Jetzt bist du dran. Du weinen Fuß. Auf dich. Die nächste. Die letzte Bombe ist hier. Deck mich. Besetzt das Geschütz da drüben. Kann ich nachts besser schlafen. Komm schon. Ich bin nervösisch, Junge. Eri, schieß ihn ab. Wunderbar. Ich berichte heute, dass du mitgemacht hast. Das sollte doch helfen, oder? Bloß die Liste brauche ich noch. Ja, nochmal dazu. Ich habe eine Idee, wo die sein könnte. Bei einer verlassenen Bergbau-Kolonie in der Schlucht. Okay, ich sehe es mir an. Und denk an die Fotos von den Schuldigen. Gut. Wir sollten aber erst mal Munition irgendwie auffüllen können. Wo macht man das? Auf einer Insel. Ah, 35. Gut, hier haben wir 15 dazu. Wir kommen 65. Bloß, das reicht nicht immer. Oder nicht immer. Was heißt nicht immer? Es reicht halt einfach nicht. Also. Gut. Das heißt, wir reisen jetzt mal dorthin. Beziehungsweise machen kurz ein Folgenpäuschen. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Aufsetnahme. Wenn du bei der nächsten Folge dabei bist. Und bitte verlass den Wolfsrudel nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr Wölfe, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.